Ich bin bereit für Runde 2 mit diesem Boss und ich habe jetzt 10 Minuten lang habe ich die HP auf Maximum gegrindet und zum Glück gab es rechts ja das Munitionslager somit konnte ich mich in dem Raum neben mir die ganze Zeit hin und her bewegen und habe dann die ganze Zeit HP gefarmt das denke ich ist trotzdem notwendig auch wenn jetzt so die erste Phase relativ einfach ist ich muss trotzdem gucken dass ich irgendwie so lange wie möglich überlebe damit wir dann überhaupt für den richtigen Boss dann noch genügend Puste haben und ja das wird spannend ich hoffe das klappt gleich dann das HP-Farm das ist schon natürlich zermümmt aber ich gebe mein Bestes diese Mechanik ja relativ einfach allerdings natürlich problematisch wenn jetzt hier noch der der Mob dazu kommt aber ich werde da auch jetzt am C4 nicht wirklich sparen weil ja lieber ein bisschen mehr C4 verbrauchen dafür weniger Stress Zeit sparen vor allem und hier gebe ich mit der Harpune weil ich dabei ihr einfach auch die Möglichkeit habt das sauber zu machen ich muss den Dash besser einsetzen dem kann ich ja auch gut ausweichen fahren kann ich durch die Gegner durch das ist echt Gold wert dass das möglich ist er ist ja mies wenn sie in einem drin spawnt das macht sie jetzt gerne und dann gibt sie uns Ah jetzt wollte ich extra die Harpun-Munition holen Na komm schon geht down bitte Das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis und ich hoffe der Boss hat nicht noch in seiner späteren Agro Phase noch Überraschung parat mir reicht ja schon was er da veranstaltet mit seinen Flammenangriffen Das ist alles andere als schön aber es ist machbar aber ich muss natürlich dieses Muster erkennen Lass mal dass man das fressen Seht den Gott des Todes Ok das geht auch Auch hervorragend gemacht also das Boss Design ist wunderbar Also mies Ich könnte natürlich glaube ich eine Weile hier oben hin Das muss ich mir für später machen wir es mal hier Ich teste es mal Ah Ganz schlechte Idee Abgedeckt ist schon ein bisschen aber Ich denke das kann es ein bisschen verschaffen je nachdem was er gerade macht Zum Beispiel jetzt Zum Beispiel jetzt Ah gut ich brauche nicht schräg schießen Das ist schon mal sehr praktisch Mal mit der Harpune bewegt er sich sonst nach vorne Uh Das war knapp Mal gespannt wie viel HP er am Start hat Ok Zeit für die Super Soaker Ja Keine Chance Wobei ich nicht weiß ob ich durchderschen kann Muss man probieren Also zumindest wenn ich mal wieder in so einer Situation bin Experimentell werde ich das nicht machen So Ah Das würde ich jetzt aber runter aber ich dachte er bewegt sich Und das tut er ja auch immer wieder Uh Das war knapp Ah Böse Das sieht auch viel aus Also je nachdem wie viel HP er hat Kann das jetzt echt Ein quasi Ding der Unmöglichkeit werden Zumindest jetzt noch in der Phase Jetzt ist er zumindest schon schön rot Aber ich verlasse mich nicht drauf dass das jetzt gleich zu Ende ist Das war bei einem anderen Gegner auch schon so dass das ewig gedauert hat bis die mal down ging Ich bleib jetzt einmal oben Ich hoffe auf mein Glück Joho Und ich bin verlassen Ja Das ist jetzt mies Zumal wir jetzt natürlich wieder HP fahren müssen Das ist natürlich schon natürlich zermürbend also Kein zweifel Das ist natürlich Schon eine fette Strafe Aber gut Ah ja genau und wir haben keinen Dash Das macht das ganze natürlich noch prekärer Das macht das ganze natürlich noch prekärer Jetzt kommen noch die scheiß Fledermäuse So und jetzt habe ich schon mal ein Problem Weil jetzt Ich muss schon gucken dass ich bei meinem Zombie-Me da oben Um meine Ausrüstung zu bergen Annähernd volle Energie habe Weil er mir ja schon fast jedes Mal fast alles aussieht Beim HP-Grinden habe ich dann auch gemerkt dass definitiv die Drop-Chance steigt je weniger Energie man hat Also an HP Ich komme auch an diesen großen Orbs Aber das hilft uns jetzt erstmal nicht weiter Das heißt drauf halten So drei Kästchen müssen wir auffüllen Und ich brauche definitiv Ich brauche die volle Energie Das heißt Ihr seid jetzt beim Grind mit dabei Das Struggle ist real Aber ja das kriegen wir doch noch gebacken irgendwie Das ist halt ein bisschen Sissi-Foss-Arbeit weil wir halt Auch aufpassen müssen dass wir nicht ständig auch getroffen werden von den Gegnern Ich bin zuvor nicht mal runter aber ich habe festgestellt das ist nicht effektiv Es ist doch besser trotzdem hier einfach mal links rechts zu gehen Gerade weil wir jetzt hier auch die ganzen Lampen haben die wir zerstören können Dadurch können wir zumindest immer mal 5 bis 15 HP einsammeln Wenn wir Glück haben jobbt auch mal so ein dicker Orb Aber das geht einfach viel schneller Und dadurch dass wir unendlich Munition haben quasi durch das Munitionslager Ist das der schnellste Weg den ich jetzt bisher sehe Um einfach HP zu farmen aber es geht jetzt doch relativ schnell Ja aber das ist halt ein Teil des Spiels Und dann muss man halt einfach klar kommen Und dann muss man sich dessen bewusst sein dass das halt so ist Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm Also ich sage mal Natürlich hätte man auch hingehen können und sagen können Okay du kannst halt irgendwie in einen gewissen Punkt gehen Da kannst du deine komplette Energie heilen Ist jetzt in der Form nicht so vorgesehen Und ja dann leben wir jetzt damit und machen das einfach so Und ich finde es gar nicht schlecht wenn man in einem Spiel nicht einfach nur zurückgeworfen wird Sondern dass die Strafe etwas empfindlicher ausfällt Sodass man halt einfach auch nochmal eine ganz andere Spannung drin hat Wenn man halt eben so einen harten Bosskampf hat Oder generell wenn man halt eben nicht aufpasst Und dann aufgrund von Nachlässigkeit dann halt einfach drauf geht Aber dazu muss man auch der Typ sein dass man das auch toleriert Oder begrüßt Oder begrüßt Begrüßen wäre jetzt zu viel gesagt aber ich Ähm Na finde es jetzt ein Schimmel Das ist halt Konträr zu dem was wir halt sonst von den Gerade von AAA Games kennen Wo man dann doch mehr ein bisschen gebauchpinselt wird Und ja aber ich mag schon auch ein bisschen arbeiten zu müssen So ein Kästchen Eigentlich quasi zwei Kästchen Eher So gegen einen lohnt sich nicht Weitere zwei Schalier ja das dauert ein bisschen aber lieber keine 10 wir haben es fast ganz voll ein kästchen noch da sind zwar zwei aber wenn man nicht rechtzeitig genug der stand wird man doch noch betroffen besonders bitter wenn wir hier gerade so die hp wirklich minutiös sammeln müssen das ist jeder treffer mies und jetzt sieht man auch die drops der der heil orbs die werden jetzt geringer und macht auch sinn wenn man viel energie hat hat man eher das bedürfnis nach munition prio verändert sich ja hätte ich noch holen können ja gleich sind wir wieder bereit aber große orbs zum beispiel sieht man die droppen nicht so gut wie gar nicht mehr kommen sehr viel häufiger wenn man nur noch ein kästchen oder gar nichts mehr hat wunderbar jetzt sind wir gleich voll ja ansonsten plaudern wir noch ein bisschen so lange battlefront 2 ist ein wunderschönes thema aktuell star wars battlefront 2 und ihr habt mal gesehen in großbritannien beziehungsweise im vereinigten königreich united kingdom da sind die verkaufszahlen 60 prozent niedriger als beim letzten battlefront und ich muss ganz klar sagen zu recht wir sind ja zu ready für den boss ich muss ganz klar sagen zu recht viele ich habe viele stimmen gehört die sagen ja holen wir einfach das hauptspiel und ja kaufen mal nichts ingame wenn das später auch mal kommen sollte wieder und das tut ea weh nein tut es nicht richtig weh tut es ea wenn sie eben einen großen einbruch der verkaufszahlen generell haben weil das ist schon dicker batzen erst mal generell erst mal der kaufpreis des gesamtspiels und ich sag euch es wird folgendes passieren also die werden wir haben ja auch schon wir haben es auch schon so formuliert sie werden mit sicherheit werden die in einem monat oder ein paar monaten werden die die microtransactions wieder einführen und dann seid ihr wieder an selben stelle wie vorher damit gemotzt und gejammert aber dann kann keiner sagen er hätte es nicht gewusst weil es ist faktisch mein ea ist nie wirklich anders erfahren die das einzige was jetzt anders war ist dass sie mal zurückgerudert sind und das dann so getan haben als ob das aufgrund dessen war weil sie auf die community hören und das tun sie nicht ganz ehrlich die geben einen scheiß auf die community ea ist auch einer der wenigen wo man auch ständig hört die anleger und mehr wirtschaftskram da ich habe mehr das gefühl bankgeschäften von bankgeschäften zu lesen als irgendwie um das spielen an sich und das kann ich aber nicht vertreten es sollte immer noch weiter im spiel gehen natürlich sollen sie geld verdienen mit dem spiel aber nicht auf die art und weise und vor allem inhalte dann anzubieten die eigentlich in dem hauptspiel drin sein sollten in dem vollpreis spiel oder halt eben ja doch das ist meine meinung das das geht halt gar nicht das kann man nicht bringen und dann zu sagen ja okay wir haben auf die community gehört das machen sie a aufgrund dessen mal so ein großer gegenbild aber auch weil der disney chief executive da offenbar ein gespräch geführt hat mit einem der EA verantwortlichen und ihm quasi die die leviten gelesen hat da ist nichts mit von wegen community das war rein von der formulierung her war das natürlich um gut dazustehen öffentlich aber das nimmt einem doch keiner ab also bitte wo kommen wir denn dahin deswegen weigere ich mich vehement hier dieses spiel kaufen natürlich habe ich bock drauf ich liebe star wars wie viele andere auch aber ganz ehrlich da gibt es ihr müsst irgendwo muss man eine moralische grenze ziehen muss man sagen okay ich ziehe es durch und es ist ja nicht so als ob es nicht genügend spiele gibt also es gibt extrem viele geile spiele das heißt ihr könnt verzichtet was ich nicht wenn ihr nur eine weile aus da aus verzichten man muss ja nicht jetzt sein ganzes leben lang darauf verzichten aber jetzt erstmal eine weile so dass es EA richtig richtig wird ich denke das ist doch machbar und das ist auch kein aufruf das bleibt ihm selbst überlassen ist einfach nur meine meinung weil ich da auch viele diskussionen in meinem freundeskreis lese und sehe und mitbekomme und selbst auch führe und ja also ich bin aber rigoros ich habe dasselbe spiel habe ich auch bei tomb raider beim letzten tomb raider teil gemacht der ja damals dann angekündigt worden ist und der dann zeitexklusiv erstmal auf der xbox erschienen ist was mich extrem angerust hat ich bin auch kein freund ich hasse dieses zeitexklusiv Ding das sollte eigentlich gar nicht mehr existieren können ich meine ihr müsst euch überlegen das ist nichts anderes da gehen die gehen die jeweiligen hansels der jeweiligen konsolen hersteller hin und drücken dann dem publisher eine gewisse menge kohle in die hand und sagen okay hier habt ihr so und so viel kohle und dafür haltet ihr das spiel jetzt für die anderen plattformen zurück ihr lasst nur unsere spieler spielen aber ihr kriegt die kohle überlegt euch mal wie übel das ist das ist das ist doch nicht das ist doch moralisch nicht vertretbar da kann man ja nicht kommen mit freier marktwirtschaft oder so ein kack das hat damit nichts zu tun finde ich das ist schon es gibt ja auch da bei der freien marktwirtschaft gibt es irgendwo eine grenze und ich sehe für mich einfach gaming oder games an sich immer noch als kulturgut in einer gewissen art und weise das ist definitiv ein kulturgut und damit muss man anders umgehen da kann man nicht einfach sagen ja gut ich kann in jeder art und weise kapitalistisch raubkapitalistisch hier schalten und walten wie ich bock drauf habe weil es ist halt kapitalismus das ist doch was ist das das ist unmoralisch das ist so Ende der tirade wir konzentrieren es mal weiter auf den boss Haken mit unserer Superstalker also mit einer Superstalker auf eine Genotsauce zu schießen und zu hoffen dass es anhält und uns nicht widerwalzt seht den Gott des Todes ok ich hoffe wir schaffen die jetzt ich will nicht nochmal grinden müssen aber ja hinsichtlich meines doch offensichtlich nahenden Todes versuche ich mir jetzt noch die zu merken was er wann genau wie macht welche art von Angriff damit ich das dann auch bei einem vermutlich nächsten Durchgang ja dann schaffen kann natürlich versuche ich noch durchzuhalten aber mal ich habe jetzt viel Glück dass er jetzt endlich mal down geht weil er frisst noch immer gut nein ich lauf in die Hand rein ok 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 das war Fail Nummer 2 und ja beim nächsten mal hoffe ich haben wir dann ein Happy End ich werde jetzt erstmal ohne euch weiter grinden dann müsst ihr euch das ganze nicht geben und ja bin dann beim in der nächsten Episode bin ich natürlich wieder am Start und ich hoffe ihr seid dabei und dann gucken wir dass wir das Ding endlich legen und zwar in dem einen Durchgang denn alles andere könnte anstrengend werden ich danke euch fürs Reinschalten und auch fürs Durchhalten und für eure Geduld beim nächsten Mal kriegen wir ihn See you next time